Guten Appetit zu unserer Gansel! Ja! Habt ihr schon durchgegaselt? Ja! Schmeckt gut! Ja, schmeckt gut! Geht's auch? Mhm! Der Einstein schaut schon, gell? Ob er was kriegt! Ja! Aufgezeichnet! Schaut auch sehr gut aus alles! Gut! Ja! Gut, gell? Und du, Franzosu, da drinnen die Lunge hast, gell? Ja! Das müssen wir nur überlegen! Dann schickst du das mit dem Zucker! Gell! Mhm! Ah ja! Dass du was hast! Bitteschön! Lunge! Dankeschön! Jetzt haben wir noch einen guten Krautsalot dazu! Der Einstein, schaut schon! Unser Riecht da! Das ist ja... Das ist ja... Hört machen! Halt, was du da drauf! Ja! Einstein, gib einen Kommentar! Ja, was ist denn mit Einstein? Ja, was ist denn mit Einstein? Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Ja, was ist denn mit Einstein? Ja, warum hat ihm das da so gut gefallen? Weil das... Weil das das südlichste vom Zwettelbezickel ist! Das heißt, da hat sie ja... Da wurde ja Pocken gekauft. Prost! 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 Und einen Appetit zu unserer Gansel.